OECD Reporting Standard, Automatischer Informationsaustausch, AIA, abgekürzt. Welche Informationen werden gemeldet? Die wichtigsten Umbrüche im internationalen Steuerrecht seit den letzten 40 Jahren finden jetzt statt. Das Bankgeheimniszweck Steueroptimierung ist am Aussterben. Der OECD Reporting Standard, die sogenannten CRS Rules oder Regeln haben, den klassischen Offshore Companies den Todesstich versetzt. Ich zeige Ihnen jetzt, welche vertraulichen Informationen genau von Ihnen gemeldet werden. Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo mit SwissBankingLawyers.com. Mehr als 100 Staaten, darunter befinden sich Hongkong, Dubai, Lichtenstein, Cayman Islands, China, Indonesien usw., haben sich zum automatischen Informationsaustausch verpflichtet. Darunter befinden sich Länder mit einem sehr hohen Corruption Perception Index. Das heisst, die Staaten sind sehr korruptionsanfällig. Die Banken der unterzeichneten Staaten werden vertrauliche Informationen über Bankkonten ausländischer Kunden melden. Was genau sind diese sensitiven Informationen gemäss den CRS Rules, gemäss den Common Reporting Standards? Folgende Informationen werden gemeldet. Name des Bankkonten, Adresse, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Geburtsort, Steueridentifikationsnummer, Kontonummer, Kontostand, Name der Bank, Adresse der Bank, Kapitalgewinn, Zinseinnahmen und Dividenden. Wer wird gemeldet? Alle natürlichen und juristischen Personen, die keinen Wohnsitz haben, dort wo sie das Konto führen. Bitte beachten Sie, dass der automatische Informationsaustausch über Dutzende von Schlufflöchern bietet. Es ist vorgesehen, dass der automatische Informationsaustausch im Jahr 2018 vollständig eingeführt werden soll. Allerdings verfügen nicht alle Banken über die erforderlichen IT-Systeme wie die Schweizer Banken, um eine zeitnahe Erfassung der Daten zu garantieren. Viele ausländische Banken werden diese Umstellung rein technisch überfordern. Sollten Sie über diverse Offshore-Konten verfügen, praktizieren Sie nicht die Stillhaltetaktik, sondern gehen Sie jetzt mit der Zeit. Wir analysieren Ihre Situation und unterbreiten Ihnen Vorschläge zur Umstrukturierung oder etwaige Neugründung, damit Sie ein zukunftsorientiertes und sicheres Fundament für Ihr internationales Business haben. Bleiben Sie nicht passiv und warten, bis die Steuerfahndung vor Ihrer Haustür klingelt, sondern greifen Sie jetzt sofort zum Telefon und wählen 0041 44 212 4404. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.